hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play star ocean the last hope wir sind immer noch hier in diesem labyrinth auf dem planeten n2 ok das muss da erkenne ich da ich da jemand angebetet das sieht so aus als würde da eine person stehen die den stab festhält und unten rechts und links das hunde oder was soll das darstellen ich habe keine ahnung das sieht sehr faszinierend aus finde ich okay gut rechts links eigentlich ja ziemlich egal welchen weg wir wählen weil ich aber zur truhe möchte und ungeduldig bin nämlich den rechten weg wie so oft also wie so oft nehme ich den rechten den rechten weg meine güte war das ein schwerer satz okay ich hoffe auch dass wir jetzt demnächst wo ist denn die küste hier ich würde mich sehr freuen wenn wir demnächst lächer salbei finden ich habe mir das doch aufgeschrieben das hatten wir in der letzten folge hatten wir das bekommen von dem gegner ich habe mir das aufgeschrieben weil ich doch googeln möchte was es überhaupt sein soll aber glaube das wird fast nicht nötig sein ja wo ist es denn okay ist es hierbei lebensmittel ich glaube eher weniger das würde ich kennen wenn das lebensmittel wäre ich habe koch gelernt ich würde das wissen nee okay das war auch ein anderes symbol nee das war nicht dieses symbol windring leerer eimer ein einfacher alter holzeimer was war noch mal mit dem eimer die fein orchidee orchideen sind meine lieblings blumen ja andere gegenstände hier muss es sein na dann bin ich jetzt mal gespannt mit b fing das ganze an ich habe mir das auch aufgeschrieben ach jetzt ist der zettel weg er liegt der anderen seite des schreibtischs weil da nämlich meine notizen sind wie ich die videos zu schneiden habe ein metallstück mit eingravierten runen okay sieht aus wie ein maillon stein aber okay frischer salbei wäre mir trotzdem lieber gewesen muss meine gruppe wieder beleben speicherpunkt in speicherpunkt wäre nicht schlecht ist auch noch mal dasselbe so hier komme ich dann zum nächsten bildschirm ich möchte nicht zum nächsten bildschirm weil wenn ich hier sterbe kann ich alles alles noch einmal machen hier dasselbe symbol ja tatsächlich den planeten in zwei okay ich muss hier hoch ich habe keine andere wahl wird es sei hier oben ein speicherpunkt bitte what the flip schimäre gewesen hat die mich erschrocken was ein anderer gegner jetzt hallo was denn nun ihr müsst euch entscheiden kann hier unmöglich abspeichern ich muss mich heilen weichern sanktuarium alles klar wollen wir dann mal gegen phönix kämpfen ja die schimäre ist auch mit dabei ach du meine güte oh mein gott ich glaube okay wir haben doch schon eine menge abgezogen also was heißt eine menge wir haben niemand der uns heilt das ist natürlich ganz toll die bonustafel bricht das lese ich ich muss mich um den phönix kümmern okay oh nein okay du musst du musst schneller aufstehen du musst springen weg 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 okay oh nein sie ist hinüber sie ist hinüber oh nein wo ist denn die schimäre ist sie weg ist die schimäre weg war doch eine schimäre ne ich glaube die schimäre ist hinüber immerhin die hier gehen aber richtig ab ne okay doch setz deinen zorn ein sag es okay der ist jetzt auch hinüber ja wir sind alle hinüber ganz toll naja er kann mir immerhin nichts anhaben wenn ich hier stehe aber ich komme hier nicht weg das ist wie ein schutz okay jetzt bin ich nicht mehr im schutz okay komm schnell lauf an ihm vorbei ach du meine güte what the flip nein nein ich gewinne das hier doch nicht wie soll ich das hier denn überleben ich muss mich heilen so komm schon leute komm setz mal hier dein ach nee 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 das ist die falsche taste gewesen okay aber es hat es hat funktioniert komm schieß einfach weiter mit deinen pfeilen oh weg hier oh oh nicht gut hey 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 du übertreibst hier aber ganz schön okay du wir müssen hier ein bisschen aufpassen irgendwie jetzt blindside okay bitte kontern nicht das wäre jetzt echt mies wenn du jetzt kontern würdest danke für dein vertrauen ich würde mich sehr freuen wenn du dich jetzt verabschieden würdest okay wir müssen hier weg ich glaube der spuckt hier gleich mit feuer ouch nein 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 das ist nicht gut das ist nicht gut für ramey ah die schimäre ist hinüber auch weg hier nein 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 ist meine schuld gewesen komm schon okay weg 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 ramey weg 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 da weg da wir müssen erst mal ähm eine blaubeere zu uns nehmen ne genau denn einfach die blaubeere wunderbar und dann bleibt mal schön weit hinten und dann schießt du einfach mal mit feilen okay so bekommen wir das hin was ist das ich dachte das hätte eben die chimäre eingesetzt weg hier das ist nicht gut das ist nicht gut ich muss mich heilen ich muss aber erst mal hier raus verdammt das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht oder hallo bist du abnormal verschwinde doch einfach mal automatische heilung ja gott sei dank kommt greift mich an gott sei dank blind seid ich muss dich erledigen ich muss hier weg ich muss ich muss mich heilen ich muss meine leute wiederbeleben ansonsten kann ich das hier vergessen du hast zorn aber super ich glaube dass hier überleben wir nicht der macht uns hier fertig ja das ist doch du musst verschwinden bitte ja ich weiß ja sieht sehr schön aus und so dass wir hier so alles sehen das ist toll möchtest du vielleicht mal weg laufen das ist nicht doch das ist weit genug okay hier ist ein magier jetzt kommt er auf einmal hier hat echt so riesen groß wie viele von euch gibt es denn hier ich bin weg ich habe es geschafft was zur hölle da ist er er beabsichtigt offensichtlich die heiligen juwelen anzugreifen wir müssen uns beinahelt ja warum gibt es denn hier nicht so einen punkt wo ich mich komplett hoch heilen kann da gab es auch immer diese diese punkte warum gibt es die denn hier nicht okay ich muss hier erstmal alles untersuchen da hinten ist einer da hinten ist einer da hinten ist so ein punkt von dem ich gesprochen habe da muss ich als erstes hin schnell lasst mich hier durch da ist er als dieser punkt aufpassen vor gegner nanaki mach mal langsam nicht dass wir uns hier direkt uns in den tod stürzen ja meine rede genau das habe ich gemeint oh my fucking god oh my god oh my god becky habe ich mich hoch geheilt oh mein gott ich habe es geschafft ich muss erst mal meine gruppe hier okay 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 charaktere taktik oh holy moly du bleibst drin mir egal ob du jetzt auf level 50 bist oder ob du auf level 80 bist es mir egal du bleibst hier drin sarah du kommst mit rein teils mal mit ihm die plätze ja ne berg ist du kommst auch raus ich brauche noch eine heilerin limo du kommst mit rein okay so kann ich noch ernten bevor du mich angreifst okay dann wollen wir mal ich möchte aber mit edge spielen edge genau wir kümmern uns hier erstmal hier um die höllen gräule oh mein gott dieses königs wie ich habe ich habe bei den letzten zwei malen als wir gegen dieses dieses wesen gekämpft haben gar nicht auf den namen geachtet möchtest du dir jetzt mal sterben danke meine güte zu anstrengend so du hast auch nicht mehr viel sehr schön immer auch immer ich das zu verdanken habe so antik psü naht antik psü naht spricht man deinen namen so aus so wunderbar wenn wir hier mit mehr mann sind dann ist der kampf gar nicht so schwer das sollte ich dann echt dann doch rausnehmen wunderbar gut gemacht leute 6184 erfahrungspunkte jawohl rang 3 für sarah antik psü naht dann wollen wir uns doch mal die monster daten anschauen so bevor die schimäre hier gleich um die ecke kommt ähm daten sammlungen so rum so antik psü naht okay schauen wir uns das doch mal an vogel wer hätte das gedacht die lebende verkörperung der symbologie er wurde von den morphos auf n 2 entwickelt entkam aber hat bevor er vollständig unter kontrolle war sobald man das antik psü naht wieder habhaft geworden ist soll er mit einer mechanisierten außenhülle ausgestattet werden so dass ein pilot einsteigen und ihn direkt steuern kann das ist aber alles nicht so gelungen ne okay gut auf jeden fall hier war doch noch ein gegner ist hier nicht noch ein gegner rum gewesen der hier noch rumgelaufen ist genau ich möchte mich sicherheitshalber noch mal hier hoch heilen ernten möchte ich auch bekommen wir hier großbeeren dornbeeren blaubeeren blaue rose ich würde auch gern einkaufen ich brauche frischen salbei ansonsten brauche ich hier nicht mal zu heilige kettenrüstung wer tragt denn sowas ich würde jetzt vom gefühl her auf raymy tippen gegenstände ausrüsten heilige kettenrüstung uuuh ok bitteschön bekommst du ausgerüstet alles klar ähm chemere wollen wir dann mal von hinten greife ich dich sogar an perfekt zu alleine nein natürlich nicht wie komme ich nur darauf dass du alleine hier sein könntest dann kümmere ich mich um höllen gräuel das hat gerade so ausgesehen im ersten moment als wäre er schon im zornzustand so komm edge gib ihnen den final hit komm steh auf wir haben nicht ewig zeit oh oh die chemere sind an mir oh gott mach dich doch mal kannst du mal bitte sterben du gehst mir hier richtig auf den keks mit deinem miss hier meine güte ey ich brauche hier kein mensch ach edge was machst du denn hier machst du ballett oder was so hier du sollst sterben du gehst mir so offen stirb jetzt du dreck sack ach die chemere schon weg oh wieder nur hier an diesem anderen monster gelegen meine güte urschemere aha die urschemere sieh an dann schauen wir uns doch mal die daten an verzeichnis falsch ah da gibt es auch noch eine extra folge für ne rezepturen zusammenfassung ja das kommt alles in extra folgen werde ich das hochladen so moment mal ähm sammlungen hier sind wir doch zu hause okay ähm urschemere informationen sehr nice hat was ein von den morphos geschaffenes intelligentes wesen das symbologie beherrscht es darf sich frei im heiligtum bewegen und hat die aufgabe eindringlinge abzuwehren alle seine köpfe denken unabhängig voneinander der kopf in der mitte ist jedoch dafür zuständig sie zu koordinieren okay also jeder hat seinen seine eigenen gedanken das ist doch schon mal viel wert auch wenn es monster sind ähm ich glaube ich möchte aber dann trotzdem zuerst an den speicherpunkt bevor ich hier zu ihm hingehe ich weiß nicht ob das so clever wäre moment mal ich habe hier ja noch eine abzweigung ah hier ist noch eine chimäre und noch so ein vieh ganz toll biotextil okay hier können wir noch erz abbauen und meteorit magischer ton thorstein engelstein und citrin 758 erfahrungspunkte so ja alles klar ich wollte nur wissen ob da noch eine kiste ist jetzt sind da schon wieder die anderen zwei mit dabei die gehen mir hier etwas auf den keks ich glaube mir kein mensch so komm edge oh edge teilt aber hier bei ihm nicht so viel aus ramey ich glaube du solltest das übernehmen ich kümmere mich glaube ich mal dann doch hier um die hier auch wenn sie mich mehr ärgern als alles andere aber so okay oh ja super die kriegt's ab er kriegt's ab edge ist ein er keine sie so komm dara wunderbar hat alle geheilt wunderbar und hier greife ich dann am besten mit mit raymy an so die anderen können hier antik psynat schön ablenken und ich kann ihn abschießen wunderbar 6802 erfahrungspunkte alchemisten umhang schattenrose und barriereessenz erhalten okay das wird hier richtig interessant hier so hier ist aber noch eine chimäre unterwegs die urchimäre ach du auch noch oh dich hab ich gar nicht vermissen dann kriegst du mich noch von hinten wie gemein ist das denn bitte mit der chimäre noch zusammen ach du meine güte glaubst du schwer sind die gar nicht hab mir da am anfang nur ein bisschen ein bisschen viel panik gemacht ach nein du musst hier weg raymy oh weg 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 ach nein kein blindsight die kontern die kontern die fischer hier da müssen wir ein bisschen aufpassen so sarah limo könnt ihr könnt ihr edge heilen ich muss zu edge rüber wechseln ich muss mit edge hier weg dankeschön danke die heilung kam nur etwas spät warum klappt jetzt die chimäre an kann mir das mal bitte jemand erklären weg 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 konnt er die chimäre sollte das mal ausprobieren äh was war das bitte nicht lange genug geladen ok hallo oh oh die chimäre sind zu an ganz toll boah geht ihr mir hier echt ein bisschen ich muss zu edge rüber wechseln das macht mich ja alles ja super der der kriegt's vom magier auch man ey wie kann man so nerven gibt's hier nur nervische gegner ey du bist ach jetzt läuft er wieder dahin ach ich hasse das hier diese steuerung hier mit diesem anvisieren das ist so ätzend ok haben wir sie alle 5609 erfahrungspunkte sierra level 50 1000 feinde besiegen edge wunderbar wenigstens etwas ich hasse diesen gegner da so aber hier läuft noch trotzdem noch eine chimäre rum ne es war ja kein überfall gedächtnis tafel super sowas brauche ich auch eine gedächtnis tafel ja hier ist die chimäre die urchimäre entschuldigung so bist du alleine natürlich nicht warum denke ich das jedes mal dass die alleine sind wie dumm von mir oder so richtig naiv ach bist du mal alleine so dich würde ich gerne angreifen dich möchte ich als erstes erledigen hast du mich verstanden so verabschiede dich jetzt endlich dich will hier niemand Gott sei dank so die chimäre die möchte ich jetzt auch mal legen das ist mir bisher nie gelungen es ist immer irgendjemand anderes gewesen so komm er hat doch nicht mehr viel super ich glaube ich bin es aber auch nicht gewesen ich glaube das war Raimi ah nein doch ich war es Ebenholz ein Alchemisten Umhang 3.170 Erfahrungspunkte ähm bevor ich aber zum Speicherpunkt laufe laufe ich nochmal hier zu dieser tollen Kugel hin warum konnte man die nicht neben den Speicherpunkt platzieren das würde ich gerne verstehen so okay da hinten können wir noch ernten ähm ich glaube soll ich oh hi Besuch ganz toll so um dich kümmere ich mich jetzt war das ein Angriff von hinten ja Präventivangriff so go Edge greift irgendjemanden an ist egal wen Hauptsache einer ist weg ah die zwei sind direkt bei mir die haben es beide auf mich abgesehen aber da ist jetzt nur noch einer da kümmert ihr euch bitte um den Magier okay Lemo unterstützt mich hier das finde ich nett das habe ich an dem Feuer erkennen können dass sie das ist okay Meister Magier und erledigt jawohl Todestoß das heißt ich habe ihn gelegt und noch einen Bonus Splitter für unsere Bonus Papel wunderbar oh Level 51 Edge jawohl Rang 14 Lemo okay sehr schön das freut mich oh kann ich da hin nein kann ich nicht aber ich kann die Kiste öffnen bitte frischer Salbei Rezeptur 28 erhalten brauch doch frischen Salbei vielleicht finde ich hier frischen Salbei frischer Salbei einmal habe ich jetzt wirklich nur einmal frischer Salbei vielleicht habe ich eben schon beim Ernten frischer Salbei gefunden und habe es nur nicht registriert das wäre doch toll nein ich habe tatsächlich nur einmal frischen Salbei und die bekommt dann Sarah falls wir sterben sollten so okay du bist der Nächste der Gegner hat ja was ne ach hier diese Konstellation die wir noch nie geschafft haben weil wir zu dritt gewesen sind aber dieses Mal sind wir zu viert mein Freund und du darfst dich jetzt gerne verabschieden oh ich wollte doch mal Dings ne schnell weg hier oh die Bonustafel nein 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 ich wollte doch ich wollte doch wissen ob er kontert er hat sich geheilt are you serious okay nein kein Konter sehr schön komm Edge wunderbar wir haben den Bonus wir haben unseren Splitter für unsere Bonustafel wieder okay hallo möchtest du mich vielleicht anvisieren nö ne uh bin ich doch voll da reingelatscht oh wie unfassbar blöd kann man sein Nadie so okay stopp stopp okay das bringt nichts weil er wird mich nicht angreifen oder anvisieren doch jetzt jetzt tut er's jetzt hat er mich anvisiert sehr schön danke für die Heilung Sarah super ich komme na komm schon okay diesen Kampf hier hätte man auch um einiges verkürzen können aber ich wollte unbedingt ein Blindside einsetzen 7.848 Erfahrungspunkte Lemo jawohl Level 49 Zornanzeige erhöht sich bei Zornmodus uh Rang 20 da muss ich jetzt mit dir rüber wechseln ich würde mich freuen wenn wir den Bosskampf überleben würden aber im First Strike glaube ich nicht dass wir das schaffen aber ich würde mich trotzdem sehr darüber freuen äh okay ähm Charaktere Taktik ähm ne nicht Taktik was mache ich denn hier wieder für komische Sachen Raimi genau so rum okay dann wollen wir aber trotzdem mal Erz abbauen magischer Ton mit Riel und Windstein 838 Erfahrungspunkte dafür okay gut hier komme ich nicht weiter ich hab da Angst dass er irgendwie in der Animation noch eine Szene kommen könnte wenn ich zu nah hier dran komme das möchte ich nämlich nicht okay ich bin dann jetzt eine komplette Runde gelaufen gut ich werde auf jeden Fall nochmal kurz zu dem Speicherpunkt ach zu dem Speicherpunkt zu dem Aufladepunkt da möchte ich auf jeden Fall hin ich bin falsch abgebogen so hier bitte regenerieren okay uh so und dann wollen wir mal zu diesem Eindringling ob er Namen hat wir werden sehen so Nein, Sie suchen uns gegen uns wieder einmal zu stehen. Wir empfehlen Sie sich sofort von diesem Ort entfernen, damit Ihre Leben kurzfristig werden. Entschuldigung, aber nichts kann tun. Wir sind durch, dass Sie bästernos einen Weg machen. Sie werden Sie nicht entfernen. Sie werden Ihre eigenen Glorien-Songen von Destruction singen. Lassen Sie Ihre Hymns von Despair werden den ersten Lachen der schönen neuen Universum, als sie zusammenfassenen eine infinitige Harmonie. Gut, gut, sieht aus wie die Theorie der X war richtig. Sie denken, dass wir nur die Verlust uns in unserem Universum werden? Sie, Grigori, haben Sie sicherlich gesprochen, nicht wahr? Wir sollten Sie dafür sagen, dass wir so viel zu sagen. Unfortunately, Sie werden uns nicht finden, wenn Sie Ihre kleine Proposition sehr vorsichtig sind. Und es gibt keinen Sinn in Ihren Gehirn zu versuchen. Wir haben keine Intention zu fallen für die gleiche Strecke wieder. Vielleicht können Sie so einfache Lebensformen wie Sie selbst nicht verstehen, dass wir alle sind. Es sind wir, die nicht fallen für die gleiche Strecke wieder. Nein! 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 Bitte was? Nein! Die Lichter der Leitung GOT einfach von der Leitung Anker lebte, diese Lichter der Leitung! Die Lichter ist ein Seymrund! Hm. A great error. I will not be made a fool of. Prepare yourself. Let's do this, Kay. Edge, come on. Right. You life forms puzzle us. Why do you wish to die in agony? We cannot comprehend this. Hey, 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 hey. Lass Sarah in Ruhe. Sarah, du kümmerst dich nur ums Heilen, okay? Ach du meine Güte, Sarah! Nein, Sarah darf nicht sterben. Oh mein Gott. Was geschieht hier? Ähm. Okay, Moment. Moga. Sofortige Flucht. Na super. Kann einen Feind mit einem Flucht belegen. 90 TP Schaden am Feind und seinen Umkreis. Äh, okay. Schrift das mal. Und? Zeigt Wirkung. Heilung. Das ist von Limon. Ähm, ich muss jetzt auf jeden Fall Frischer Seilbei einsetzen. Sarah. Warum kriegen wir die nicht klein? Frittischer Triffer. Wir haben null abgezogen. Seid ihr im Zornzustand? Ah, das sehe ich ja jetzt auch ein bisschen zu spät. Danke für die Heilung. Boah, das gibt's doch nicht. Nein, nein. Angriff abbrechen. Annullierung. Boah. Sind die noch im Zorn? Ich kann das so schwer erkennen, ob die noch im Zorn sind oder nicht. Ähm, ich glaube ich habe einen erledigt. Kann das sein? Oh, die sind im Zorn. Auffassen. Jawoll. Ich würde euch gern erledigen. Oh Gott, das hier. Oh Gott, das hier. Nein, warum... Dass der immer kilometerweit latschen muss, um jemanden anzugreifen. Meine Güte. Kannst du nicht jemanden angreifen, der in der Nähe ist? Ist das so schwer. Das hasse ich an diesem Spiel. Äh. Nein, 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 nein. Hier. Greift da jemanden an. Ich seh hier gar nichts. Ist hier jemand blind? Ist grad so ausgesehen, als wäre hier jemand blind. Okay. Gut, alles klar. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ähm. Was haben wir denn noch hier? Ähm. EM-Bombe. Wollen wir sowas einsetzen? Bitteschön. Ja. Ja. Super. Das war doch sehr effektiv. Das war sehr effektiv. Das war gut. Das war gut. Jedem 2500 abgezogen. Ich glaub, da ist jemand gestorben, oder? Limo! Sarah. Sarah, 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 Sarah. Oh. Muspern. Sarah. Okay. Du musst, du musst Limo wiederbeleben. Du musst Limo wiederbeleben. Das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich... Warum teile ich denn nichts aus? Was hat die denn für eine komische Zustandsveränderung? Ihr regt mich grad so auf. Ihr regt mich so auf. Immerhin, sie ist wiederbelebt. Ähm. Ich weiß nicht, was du für eine Zustandsveränderung hast. Was war das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Echt gehabt. Du bist doch sowas wie blind. Ne? Du... Blühstab. Nebel. So hieß es, genau. So, bitteschön. Okay. Und jetzt greifen sie alle sie an. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Ey, was mach ich hier nur? Ja. Raimi. Bitteschön. So. Ah nein, ich kann nicht wieder ins Menü. Okay. So, Gegenstände. Ich möchte nochmal diese... EM-Streubombe einsetzen. Ja. Genau so. Habe ich da jetzt einige kaputt gemacht? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Laufen die mir nach? Sarah ist schon wieder tot. Och, das gibt es doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Echt? Ach, da könnte ich doch kotzen. Echt, ey. Jetzt ist sie tot. Die kann ich nicht mehr wiederbeleben. Och, man, 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 man. Berges, komm du rein. Ich muss mich erstmal... ...wiederbeleben. Ähm, ähm, heilen. Oder sie hat's gemacht. Dankeschön. Warum jetzt läuft der da schon wieder so ewig lang? Statt den anzugreifen, der bei uns in der Nähe ist. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Jetzt ist Limmel tot. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, meinen Drücker aus dem Fenster rauszuschmeißen. Das macht mich gerade so sauer. Ähm. Limo. Du musst raus. Äh. Ja, komm, dann bist du die nächste, die stirbt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wie kriege ich denn die kleinen Dinger da platt? So, ich werde jetzt nochmal... Ähm. Zwingt den Anwender zur Selbstzerstörung. Ja, ne, das muss nicht unbedingt sein. Ich nehme nochmal die EM-Bombe. Genau. So, bitteschön. Aber es sind doch schon einige kaputt, ne? Ich werfe jetzt noch eine. Ah, das hat nichts gebracht. Nochmal eine EM-Bombe werfen. Null. Ganz toll. Die laden sich jetzt bei ihm auf, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt sind ja alle wieder da. Das ist jetzt echt ein Witz, oder? Ne, ich bleib hier bei ihm. Ich greif den jetzt an. Ne, das gibt es doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Bonus-Tafel bricht. Ich habe keine Ahnung. Kommen hier alle wieder zurück? Was ist denn das für ein Mist? Und da sind sie jetzt alle wieder da. Ey, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Wie kriege ich den denn down? Sanzen die noch hier? Ach du meine Güte. Ja, jetzt fliegen die mir alle nach. Wie soll ich das überleben? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Naja, immerhin in Blindside ist mir gelungen. Ich weiß, dass ich meine Gruppenmitglieder wechseln könnte und so. Aber ich will erstmal versuchen, wie ich den angreifen kann. Was mich vor allen Dingen echt sauer macht, ist, dass ich die Lebensanzeige nicht von dem sehe. Das ist das, was mich so abfuckt. Achso. Ja, ich habe eigentlich aber gar keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr mit irgendjemandem hier zu spielen. Ja, du bist jetzt der Nächste, der stirbt. Weil die kommen ja eh alle nochmal. Die kommen ja alle wieder. Das ist der größte Rotz. Das kotzt mich so an. Das nervt mich einfach dermaßen und greift den nicht an. Ich habe gleich meinen Drücker kaputt gemacht. Nein, du sollst ihn angreifen. Hier. Das fette Pipo hat er hier. Ich werde hier gleich richtig aggressiv. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Was ist das denn für ein Scheiß? Was machst du jetzt hier? Dich aufladen. Ah, ich habe 1800 abgezogen. Immerhin. So, darf ich jetzt sterben? Nee, scheint nicht so. Moment mal. Ähm. Gefrieren. So, das wird nichts und sie ist jetzt auch tot. Was ist das für eine Scheiße? Oh man, 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 man. Man. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde diese Folge jetzt beenden und die nächste Folge in ein paar Tagen aufnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich setze mich da morgen nochmal ran. Ich muss mir da, ich weiß es nicht. Ich muss mir da was überlegen. Vielleicht nehme ich die nächste Folge auch gleich auf, wenn ich mich gerade ein bisschen abgeregt habe, wie auch immer. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Einscheiden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.